8000 Kilometer von der Schweiz entfernt liegt China. Von Kloten fliegen wir nach Peking, umsteigen. Weiterflug nach Shanghai, Hangzhou, Suzhou und mit der Bahn zurück nach Peking. Musik 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 Shanghai ist mit 13 Millionen Einwohnern eine der ausgedehntesten Metropolen der Welt. Eine Fläche von 6400 Quadratkilometer. Das sind 80 mal 80 Kilometer im Quadrat. Musik 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 Die Promenade am Huangpu-Ufer wurde früher nach einem anglo-indischen Ausdruck für eine schlammige Küste Bund genannt. Der Bund, wo sich verschiedene europäische Baustile der letzten Jahrhunderte treffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das 1996 eröffnete Shanghai Museum am Volksplatz Ein auffallender, quadratischer Bau mit einem runden Bronzedeckel drauf, birgt eine der grössten Sammlungen der Welt über die chinesische Kunst seit der Frühzeit. Ein Wahrzeichen von Shanghai, der Fernsehturm, wo man eine grandiose Rundsicht auf die aufstrebende Stadt hat. Mit seinen 468 Metern ist er der höchste Turm Asiens. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Untergeschoss des Fernsehturms sind schaufenstergrosse Bilder aus der ganzen Welt ausgestellt. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Im 19. Jahrhundert birgt zwei aus Birma eingeführte unschätzbar wertvolle Buddha-Statuen aus Jade, die eine in der Sitzstellung der Erleuchtung, die andere in liegender Haltung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mitten über dem grossen rechteckigen Teich führt die Neunfach-Zickzack-Brücke zum alten Wuxitin-Teehaus mit seinen geschwungenen Dächern Der Yu-Yuan-Garten von einem Mandarin der Ming-Dynastie in Auftrag gegeben. Der Yu-Yuan-Garten ist der einzig typisch chinesische Park in Shanghai. Dieses überaus reizvolle Gelände mit Teichen und Pavillons, künstlichen Hügeln und alten Bäumen wurde im 16. Jahrhundert angelegt. Musik Einige kurze Impressionen aus der Schanghaier Altstadt Musik 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 Das ist ein Phoenix-Chinese-Fish Peacock. Spring, Shampoo, Almas. Frischere zubereitete Ravioli, als hier können sie nirgends bekommen. Hier ist es noch ein paar Zubereitete 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 Zubereitete. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Jade-Werkstatt in der chinesischen Kultur geniesst Jade seit je höchste Wertschätzung. Grün bis Weiss sind die Grundfarben. Zuweilen aber machen gerade die Verfärbungen den Reiz eines Stückes aus. Danke. Sieht ihr euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Haben Sie Hunger? Kommen Sie mit! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Am Bund unternehmen wir eine einstündige Schiffsfahrt auf dem Huangpu Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da es in dieser Millionenstadt nur zwei Brücken und eine Untertitelung des Flusses Huangpu gibt, braucht es unzählige Fähren, erkennbar an ihrer orange-weissen Farbe Die grösste Hängebrücke in China, die Nanpu-Brücke, eine der zwei Brücken über dem Huangpu Untertitelung des ZDF, 2020 Farbig und voller Lärm ist die Schiffsflotte auf dem Huangpu Farbig und voller Lärm ist die Schiffsflotte auf dem Huangpu Da schwimmen moderne Containerschiffe neben vollgestopften Fähren, beladene Lastkähnen neben rostigen Küstendampfern Aus dem Dunst und Smog taucht der Hund auf Aus dem Dunst und Smog taucht der Hund auf Eine dreistündige Bahnfahrt bringt uns von Shanghai nach Hangzhou, Aus dem Dunst und Smog-Ton Aus dem Dunst und Sparren Musik 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 Über ein Kilometer lange Hüterzüge sind keine Seltenheit. Der Bahnhochplatz von Hangzhou, wo man sich ganz verloren vorkommt, in dieser Menschenmasse. Die Chinesen kennen die gleiche Schuldauer wie wir. Die Kinder sind meistens in der gleichen einheitlichen Kleidung angezogen, aber jede Klasse in einer anderen Farbe. Eine Bootsfahrt auf dem Westsee, dessen Umgebung vor mehr als tausend Jahren in eine einmalige Gartenlandschaft verwandelt wurde, gilt als Hauptattraktion von Hangzhou. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 Das Wetter bessert sich immer noch nicht, so dass wir die Regenschirme und Regenmäntel in Griffnähe behalten. Besuch einer alten Apotheke in Hangzhou. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Impressionen von der Kreisstadt Hangzhou. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wieder ist es einmal soweit. Der Magen knurrt, Mittagessen auf Chinesisch. Vielen Dank. 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 Auf. 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 Auf.